So Leute, weiter geht's. Gucken wir mal, raus aus dem Break hier, weiter geht's. Tja. Schauen wir mal. Kommen die Neuner. Scheine Nase hier. Drei, 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 Drei. Drei, Drei. Drei, 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 Drei! Nein, gibt da die Neuen da oben, scheiße Eimer. Ja, mach das mal. Oh, 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 oh. Sagen wir mal so bis 70 maximal. Du musst ja noch mal reingehen, sonst wird das schwierig, Mann. Ah, du bist so, dass ich wirklich laufen muss. What? 60 Euro. Ja, sagen wir mal so, weil... Zumindest hier mal ein paar mal diese drei Spiele da. Okay, 15 Euro oder so. Oh, Querschläger. Ja, das war kein Querschläger. Hey, eine noch gegeben, wäre ein Ding gewesen, Mann. Mein Gott. Jedes Mal bringt er noch so einen Wild, weißt du? Hätte er noch eine Dynamitstange gegeben, wäre 120 gewesen. Scheiße. Ja, Leute, sorry für die Kamerahaltung, aber... Das wird hier alles so ein bisschen undercover. Ja, wenn du hier immer 50 Spiele hast, aber gut, aber da kommt der gleiche raus. Da kommt die gleiche Scheiße wie bei Ghostlight dabei rum. Das ist alles dasselbe, Mann. Die Gewinne sind auch komplett identisch. Ist das so? Ja, ist ja so. Ich sehe das ja an den Dingen... Ich verspiele jetzt nicht mehr von den Gewinnen. Es gibt mehr als die Spiele. Oh, du bist jetzt immer noch 90, oder? Und... Ey, guck mal, aber immer ein Wild dabei, ey. Warum halt die Klappe, Mann. Ich muss dir eine halbe Stunde per Lava machen. Oh, schön. 3,90 Euro, ey. Ja. 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 Da. Ja. No. Ja. Ja. Ceil. Da. Ja. Ja. Zwei. Der sieht so bescheuert aus, der mit so doofen Schnauze rein. So, jetzt den 9er. Ja, was hab ich denn? Soll reingehen? Absoluter Totenmief ist das. Absoluter Leichengeruch nennt man das. Soll eröffnen? Soll er öffnen? Soll er immer 2.000 Euro geben? Spontane. Ich geh immer weiter höher. Immer 10 Cent? Nö, dann 80, 1 Euro und so weiter. Soll das. Schön. Auch ekelhaft. Drei Chancen und dann nur ne Scheiße. Jetzt gehst du auch nicht mehr dran an. Soll er reingehen, Mann. Wenn er was macht, soll er was machen. Schweinehunde, ja. Dann kommen wir jetzt die Kars. Nee. Naja. Hab ich mir auch so gedacht. Ja und tschüss. Kom. Komm. Hey, der Karmum. Der Pippi hat so einen weg, Leute. So. Mein Deckhaufen. Mein Gott, immer diese Zirkusmusik. Wie ein Kleingewinn. Ach. Warte mal. Hau bloß ab hier an. Du willst nicht hier ins Boxen. Was meinst du, wie schnell hier ein Break ist? Das Spiel interessant. Einmal Lippenspieler. Ja, es gibt aber auch Phasen, da hält sich das nicht so wie jetzt. Wenn er nicht will, dann hält er auf. Dann bleib ich ungefähr auf dem gleichen Stand. Das merkst du dann. Kannst du gleich mal quillen. Das ist der Kopfschalter, der betätigt. Den betätige ich jetzt gleich sowieso. Von der ganzen Zirkusmusik hier fenn ich ein, Mann. Wer soll jetzt mal reingehen? Die Musik, da kriegst du... Das ist ganz klar. Wollte ich gerade sagen. Danach kriegst du aber Schwellen am Sender, Mann. Du könntest aber direkt in eine Zirkusvorstellung gehen hier. Zehner sind auch safe. So, jetzt machen wir einen klar hier. Ja, Astrid ist die letzte Chance. Pissfreier. Hier schmeißen wir mal rein, Mann. Ach, schmeißen wir mal rein, Mann. Ach, schmeißen wir mal rein. Was? Ja, können können die immer, aber... Das Problem ist, muss man zwei, drei Mal so Spiele hintereinander haben. Weißt du, wie ich meine? Dass das auch einen guten Schuss nach vorne macht. Was? 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1.100 Euro, 5.500 Euro. Das hier braucht nichts mehr. Bitte? 1.100 Euro. Gut. 3.500 Euro. Wie lange ist die Zeit schon her, Dicker Mann? Schon ein bisschen, das war natürlich vor der Mache geht. Wollte ich gerade sagen. Wenn wir unter 50 Euro fällt, dann wird es ein bisschen niedrig. Ne, ich spiele jetzt eh noch bis 50 Euro. Dann gehe ich mir eine rauchen, dann mache ich mal das Video und stoppe. Tja, das Problem ist, das dauert alles zu lange. Die Halterei, da hast du nichts von. Wenn der nicht mal irgendwann reinmarschiert, weißt du? Jetzt die Chance. Ja, morgen direkt wie ein Schmorbraten am Arsch hier. Oh mein. Ich muss mal gucken. Ich meine, da hinten hätten die irgendwas. Ja Leute, ich mach mal auf Stopp hier, Mann. Ja. Ja. Ja.